Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sack by Cracken between Dumb and Space. Wir brauchen eine neue Perücke. Ich möchte gerne noch eine andere Perücke. Könnte ich den Typencheck wiederholen? Na, hatte der alte Stanislav nicht wieder einmal recht? Wer erst einmal vom Zauber der Perücken erfasst wurde, kann nicht mehr anders, als ich weitere Perücken zu holen. Es ist immer so, wenn man sieht, wie einfach und bequem Perücken sind, möchte man nichts anderes mehr. Keine teuren Friseurtermine. Äh, der Check. Natürlich, Sie können es wohl gar nicht erwarten. Wie? Na, da will ich mal nicht so sein. Wie alt sind Sie? So, jetzt passt auf. Ich habe mir mal ausgesucht, äh, rausgesucht, was wir antworten müssen. Das Problem ist, auf Englisch. Ich hoffe, das ist von der Übersetzung her einigermaßen eindeutig. Aber gut, ich bin älter als Sie denken. Ich bin älter als Sie denken. Darum sind Sie ja auch hier. Weiter zu Frage 2. Welche Tätigkeit üben Sie aus? Ich glaube, das dürfte das hier sein. I own a business im Englischen. Aber das gibt sonst nichts in der Art. Ich bin... Sie werden sehen. Als nächstes muss ich... So, natürlich Elvis Presley, oder? Genau. Elvis... Ah, und... Hier brauchen wir einen pinken Cadillac. Achso, nee, warte mal. Erstmal noch mystische Gegenden. Ja, genau. Waren Sie schon mal in die... Fünfte Frage. Wie? Entspannt in einem rosa Cadillac. Ein Traum. Sie sollten noch etwas Spezialkleber für Fahrten ohne Verdeck mitnehmen. Und als letztes sollten Sie mir Ihre Wunschhaarfarbe verraten. Klassisches Schwarz... Damit ist der Fall klar. Okay, jetzt bin ich gespannt. Einige Zeit später sind wir jetzt der King. Ich komme wegen meiner Perücke. Aha, der Herr, der mit seinen Haaren nicht... Und hinterher kommen Sie an. Stanislav, hast du nicht was für meine Haare? Etwas gegen Schuppen oder ein Haarbuchsmittel? Aber vorher pflegen? Nein, war ja mal wieder klar. Man will gut aussehen, aber gibt auf das Wichtigste, die Haare, natürlich nicht acht. Ich kann Ihnen da Geschichten erzählen. Einmal kam ein Kunde mit einer dermaßen schlechten Kopfhaut. Da hat sogar das Toupet angefangen, Haarausfall zu bekommen. Und glauben Sie es oder nicht, er wollte glatt sein Geld zurück. Einem Betrüger nannte er mich so. Eine Unverfrorenheit. Aber wissen Sie, der gute alte Stanislav hat einen Tipp parat. Ich wasche meine Haare immer mit einer selbstgemachten Pinienhonig- und Aloe Vera-Trinktur. In ihr werden die Haare 48 Stunden eingeweicht, danach waschen und gleich wieder einweichen. Das ist so Wohltun. Hm, entschuldigen Sie, aber wegen der... Sie haben sicher Angst, dass ich Ihnen diese fantastischen Tipps auf Rechnung setze. Aber keine Angst. Wissen Sie, ich mag sie. Und darum bekommen Sie meine reichhaltigen Erfahrungen gratis. Na, ist das nichts? Also wo war ich? Hm, also Sie wollten mir die Per... Ja genau, diese Trinktur. Der Renner, sage ich Ihnen. Alle meine Kunden wollen das Rezept. Aber nein, nein, bei den meisten gibt es nur noch eine Chance, dass sie gute Haare bekommen. Sie brauchen eine Perücke von uns, den Artificial Hair Brothers. Habe ich erwähnt, dass Sie aus Echthaar sind? Sicher habe ich das erwähnt. Die Perücken werden einzeln in Handarbeit angefertigt. Alles Unikate. Und das wissen unsere Kunden. Deshalb sind Sie ja auch so begeistert. Ja, das ist ja interessant. Und so aber wegen der Perücke... Und Sie werden auch begeistert sein. Langfristig wollen Sie sicherlich nicht nur bei einem Modell bleiben. Das wird doch auf die Dauer langweilig. Und da kann ich Sie beraten. Immer das gleiche Schnöde. Unsere Perücken sind zwar aus Echthaar, aber sie wurden speziell behandelt. So dass jede ihre eigene einzigartige Frisur hat. Und das immer. Stellen Sie sich vor, was für Vorteile es hat. Sie müssen die Perücke nie frisieren, nicht waschen und nicht einmal föhnen. In der Sauna oder auch beim Surfen. Die Perücke sitzt keine unmodische Frisur mehr durch die Einwirkung des Salzwassers. Das ist der Renner. Bei Salzwasser muss ich Ihnen aber noch etwas sagen. Da müssen Sie vor dem Spaß zusätzlich die Perücke mit unserem Spezialwachs behandeln. Sonst wird das Haar spröde. Und das wollen wir ja nicht. Doch das ist wohl ein geringer Preis, wenn man betrachtet, dass man dafür feinstes Echthaar bekommt. Äh, eigentlich... Eine Perücke, die so gut sitzt, dass man sie weder sieht noch spürt. Mit einer gewagten, perfekt eingearbeiteten Frisur. So etwas bekommt man nur bei uns, den Artificial Hair Brothers. Ja, das können Sie sich kaum vorstellen. Gerade habe ich einen Anruf bekommen. Das diesjährige Toupet-Treffen wird bei uns in der Stadt stattfinden. Dort werden alle Größen unserer Branche vertreten sein. Und das sind, auch wenn sich die Elite auf weniger, wie zum Beispiel die Artificial Hair Brothers beschränkt, ja, ich möchte nicht angeben und Eigenlob stinkt ja angeblich, aber falsche Bescheidenheit ist hier wirklich viel am Platz. Das wird Ihnen jeder dort bestätigen. Wirklich viele. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber... Weißt du übrigens, wer das organisieren darf? Mein Bruder Dragoslav und ich. Können Sie sich das vorstellen? Ich werde mit Jörg Haros Fall an einem Tisch setzen und ich kann dir sagen, dass wir sicherlich wieder die goldene Locke überreicht bekommen werden. Das freut mich, aber ich muss jetzt wirklich meine Perücke haben. Ach, sagen Sie das doch gleich. Die Tolle. Sie haben sicherlich die Tolle. Wie weit sind Sie mit meiner Perücke? Tja, was denken Sie denn? Die Artificial Hair Brothers sind nicht umsonst weit und breit bekannt. Wunderbar. Da ist sie ja. Prachtvoll, nicht wahr? Wie der King, nicht wahr? Ich will ja nicht prahlen, aber unser Vater, damals selbstverständlich im gleichen Gewerbe tätig wie wir, hat dem King persönlich seine Perücke angefertigt. Die Perücke ist fertig. Dürf ich um Ihre Cashcard bitten? Hier, bitte. Besten Dank, mein Lieber. Und hier ist sie. Ihre niegelnagelneue Perücke. Und wenn Sie noch weitere Pflegetipps brauchen, Sie wissen, wo Sie mich finden. Danke, ich werde mich vertrauensvoll an Sie wenden. Wissen Sie, in unserem Gewerbe hat man ständig zu tun. Jede Menge Arbeit. So gerne ich auch würde, aber ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, mir Ihre Lebensgeschichte anzuhören. Ha! Eine perfekte Imitation der Frisur des King. Doch das alles wird nicht reichen. Wenn ich die Caponia täuschen will, muss ich auch mein Gesicht irgendwie verändern. Dammit. Unser Gesicht irgendwie verändern auch noch. Das sieht... Sieht ja interessant aus. Ich bezweifle aber, dass ich mit dieser Perücke die Caponia hinters Licht führen kann. Was? Na gut, aber das liegt nur daran, dass wir unser Gesicht noch nicht verstecken können. Ich habe jetzt auch nichts, was mir da einfallen würde, was wir machen könnten. Ah! Damn it! Hä? Okay, anscheinend müssen wir jetzt in unsere Wohnung nochmal. Da bauen wir uns jetzt scheinbar eine Maske. Hä? Habe ich gerade gelesen. Oh, die Taxirechnung wird teuer. Naja, hilft dir nichts. Hallo? Ach stimmt, der Andy muss noch... Achso. Uh oh. Fluffick, diese Kameraansichten sind doch vollkommen uninteressant. Was? Warum? Kannst du mir mal verraten, was an einer Klo-Schüssel interessant sein soll? Aber sie sagten doch, besonders Nahansichten wären wichtig. Du verdammter Idiot. Ich meinte natürlich Nahansichten von diesem Reporter. Aus meinen Augen. Oh oh. Heißt das, unsere Wohnung ist verwandt? So, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Weil in dem Guide steht jetzt... Use Titan Cutter on Skull. Aber wir haben keinen Skull. Und den einzigen Skull, den ich wüsste, ist der bei den Artificial Hair Cutters. Äh. Brothers, meine ich. Soll ich da nochmal hingehen und versuchen, den entsprechenden Totenkopf zu empführen? Der ziemlich mich an Dings hier erinnert, natürlich. Planescape Torment, ne? Lieber nicht, es könnte mich beißen. Also. Ha, 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 ha. Ha, also. Ha. Ich muss gehen. Ha. Ha, ha, ha. Lieber nicht. Nein, da... Das geht... Wenn man mich dafür bezahlt. Warum? Use television when it makes weird noises for a cutscene. Use wick with skull. Okay, keine Ahnung was zur Hölle hier los ist. Bin ich hier richtig? Die Perücke haben wir. Okay, ich muss irgendwo einen Skull übersehen haben. Ah, das nervt mich. Gibt es hier eine Suchfunktion? Ich kann doch bestimmt hier irgendwie suchen, oder? Geht immer der Sound von dem Spiel aus. Kann ich hier nicht irgendwie suchen? Nach dem Wort Skull. In diesem Dokument hier. Geht doch bestimmt irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Suchen. Skull. Okay. Jetzt schauen wir mal wo wir Skull haben. Hier ganz am Anfang irgendwo. Und zwar bei der Ausgrabungsstätte. Pick up small shovel. Pick up bones. Pick up small shovel. Medium sized skull. Ach, come on. Mann. Anscheinend. Sowas finde ich immer blöd. Anscheinend hätte man diesen Knochenhaufen mehrfach untersuchen müssen. Damit man den... Sowas finde ich immer total bescheuert. Das ist, finde ich, ganz blödes Point-and-Click-Adventure-Design. Entweder... Ach, guck mal. Hier draußen sind anscheinend Tipps, wie man die King-Verkleidung kriegt. Hey, hier hat jemand ein Poster angebracht. Pinker Cadillac-Güste. Out now. Der King, wie er mit seiner wohlgeformten schwarzen Tolle in einem pinkfarbenden Cadillac durch Ägypten tut. Cool. Da haben wir alle Hinweise, die wir brauchen. Außer das Alter. Aber gut. Ach ja, dann müssen wir wohl jetzt nochmal zurück nach Mexiko. Ach, sowas nervt mich. Wohin soll's gehen? Moment mal, haben wir Post? Oh, ich... Wozu? Er ist leer. Echt? Ich dachte, wenn das Fähnchen oben ist, heißt das wir haben Post. Naja, okay. Wohin soll's gehen? Zum Fl... Zum Fluchthafen. Der Fruchthafen, bitte. Sudala. Äh... Mh... Mexiko. Mexiko, ich komme! Ja, wie viel Geld haben wir eigentlich noch auf unsere Cashcard? Leute, wenn ich bei dem Spiel Game Over gehe, wenn ich Game Over gehe, weil ich kein Geld mehr habe, dann mag ich nicht mehr. Da fangen wir nicht nochmal neu an. Nein, dann ist Schluss. Ah, hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Ärgern wird's mich schon sehr. Ja... Die Sekunden... Ah doch, auf Escape kann man die überspringen, na gut. Ah, so lahmarschig. Ah... 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 Nein, diese hier helfen mir auch nicht weiter. Aller guten Dinge sind vier. Wie geht's? Ich denke, ich habe erstmal genug... Ja, man muss einfach mehrmals... Ach, mehrmals mit irgendwas hintergehen... Ohne mich! ...finde ich immer blöd. Lustig fände ich das schon, aber es... Ja, aber ich kann jetzt hier trotzdem den... ...mittelgroßen Schädel nicht cutten. Ist das der richtige Skull? Oder gibt's mehr Skulls? Jetzt muss ich doch nochmal schauen, ob das Wort Skull... ...noch irgendwo auftaucht. Pick up small and large skull. Hä? Wo sind wir da? Mexico Temple. View shape, view shape. Cookie mush, genau. Shovel on Cookie, massive Cookie. Talk to the Stone, Tablet on Ride, Pick up. Small and Large Skulls. Was? Hä? Okay, gehen wir nochmal in die Pyramide. Ich weiß gerade nicht, von was die da reden. Die reden irgendwas von großen, kleinen und mittelgroßen Schädeln da oben. Ich sehe hier keine Schädel. Was soll ich ihm denn sagen? Außerdem glaube ich auch nicht, dass er antworten würde. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Auf dem Kopfschmuck ist ein großer Rubin angebracht. Einen von solcher Größe habe ich noch nie gesehen. Die Pyramide war die letzten Jahrhunderte unter Sand und Schlampe graben. Gut, dass sie nicht von Grabräubern entdeckt wurde, sonst wäre der Rubin wohl schon länger verschwunden. Als ob die mich damit durch den Zoll lassen. Ich glaube, er ist ein sehr zornischer Gott. Ich fasse ihn unter keinen Umständen an. Ein zornischer. Die in Stein gehauenen Augen sehen aus, als ob sie mich beobachten. Unheimlich. Ich werde sicherlich an nichts rum... Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mir mal in dem Guide das kurz ganz genau anschauen, was hier beschrieben wird. Also, Mexico Temple. Use lighter on torches. Genau. So. Passt. Use remote control. Achso, das ist nur für hart wieder. Stimmt. Hart sind die Rätsel teilweise ganz anders. Pick up crystal. Das Teil hängt hier schon seit hunderten von Jahren. Und da komme ich und... Soll es klauen? Es muss einen anderen Weg geben, meine Redaktion zu sanieren. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was du von mir willst. Ha, da steht zwar Pick up crystal in dem Guide. Aber das gehört... Gehört das immer noch zu hart vielleicht? Wird schwer zu sagen. Genau, den Stein öffnen haben wir gemacht. Hey, ich habe keine Zeit zum Trödeln. Da war dieses U drin. U-Shape on the Sockel. Cookie Mush. Statue. Shovel on Cookie. Push. Aha. Aha. Ich dachte, wir waren hier schon fertig und jetzt guckt euch das an. So, so. Da geht es noch weiter. Sensationsreporter öffnet geheimnisvolle Pyramidenkammer. Hui. Das sieht aber interessant aus. Was haben wir hier jetzt? Eine seltsame Darstellung. Sieht aus wie eine Art Maschine. Oben ist eine Art Kuppel zu erkennen, aus der drei Strahlen austreten. Was das wohl bedeutet? Vielleicht ist es ein wichtiger Hinweis oder nur die unwichtige Zeichnung eines Azteken-Kindes. Und daneben befinden sich noch ein paar eingeritzte kleine Zeichen. Die sollte ich mir vielleicht auch noch genauer anschauen. Ah. Und jetzt? Nein, das geht so nicht. Wenn das so ein... Ein bisschen... Das sieht... Das verstehe ich nicht. Ich möchte das nicht. Aber Leute, wir machen jetzt für heute Schluss. So. Morgen schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich speichere mal nochmal. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze noch hier hinführt im Tempel. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.